Und dann herzlich willkommen zu einem neuen Video hier von dem Kanal, äh, von dem Zeigkanal, sorry. So mit Arif Gamer. Hallo. Er will's nicht zeigen. Deswegen diese Bücherkirche und... Okay. Und heute reagieren wir auf mein allererstes LSN-Video. Ja. Äh, wie viel Likes habt ihr aus? Acht mal. Achso, die 7, 68. Okay, bereit? Nein. Nicht. Moin, Leute. Herzlich willkommen zu einem... Dein Stimme. Das war ich glaub, da werden wir wieder reden. Dein Stimme! Normal, lauter. Weiter geht's. Neuen Tobi-Sophie hier auf meinem Kanal. Wir haben hier schon einen Titel gefilmert. Neue Fahrzeuge. Aber das hier ist nicht neu. Sollen wir hier ein Ding jetzt verkaufen? Oh, dann kaufen. Mhm. Und die Doppelblätter. Ja. Okay. Und die Doppelblätter. So, jetzt kommt jedes Wochenende. Jetzt machen wir einen da. Das war ja. Es ist jetzt noch ein Video gekommen. Wir kaufen uns eine Takt für Freunde der Takt für. Nein. Und dann kaufen wir noch einen anderen Takt für und kaufen noch mal einen anderen Takt für ihn. Ich kaufe noch einen anderen Takt für einen anderen Takt für. Wir haben eine Geimmarke, was wir jetzt nachkaufen. Aber wir kaufen jetzt den Frontblatt und den Takt für. Hast du dran? Ja, hast du gesagt. Kurze Krab, mein Spaß. Wir kommen nach dem Video hin. Maul! Sonst reagieren wir auf dein erstes Video. Ja. Ja. Hase. Die Takt für. Kompaktfaktoren. Kompaktfaktoren. Ich habe gerade noch mal. Agro Star. Koppikation. So... Wie ging das die überhaupt? Ich glaube, wie sie hier sieht. Hast du es jetzt vorgelegt? Halt es im Auge! Na guck doch mal! Er war leidiger Bücher. Wir kosten uns mal mit Frontladung. Ja, Frontladung. Wenn wir eine Hauer-Konsole haben, dann kommen wir uns hier im Hauer-Frontladung. Weil ich jetzt nicht draufenkomme, Tobi. Nein, da kommt der, da kommt der. Ich hätte noch einen, kurz. Aber jetzt nicht mehr. Aufstehen! Aufstehen. Ja, okay. Mach weiter jetzt! Ich weiß nicht, was passt. Was passt? Ich will mal einen Zettel. Ich weiß nicht. Okay, okay. Und dieses Kaufen. Lieber kurz einplan. Das ist deutsch gewesen. Aufstehen! Und dann noch die Schaufel. Wieder einbrennen. Was war das jetzt? Was war das jetzt? Was war das jetzt? Was war das jetzt? Oh my god! Was war das jetzt? Was war das jetzt? Was war das jetzt? Wie ist das jetzt? Das ist jetzt zwei Jahre her. Die Kriege. Das ist jetzt wieder. Wieder kurz einplanen. Ich sollte wieder aufstehen. Aufstehen! Leute, wenn sie noch will, schreibt sie in die Kommentare. Was das war. Ich habe ja früh nur gecutt. Gar nichts. Ja? Ich cutte das direkt schon wieder so auch nicht mehr. Ich mache keine Zeit. Ich tue ja nur Hauptkanal. Okay, mach weiter. Orange. Warum orange? Weil die Mädchen auch orange sind. So? Achso. Alter, bin ich dumm. Ich habe vergessen, die Zähne zu wechseln wegen Ragschen-Ding. Ja, wir lassen das es einfach keinen Bock zu beinern hat. Von Götting jetzt wird Pesky im Raum. Das nächste Video ist der richtige Pesky. So angekuppelt. Auch seine Sounds sind lauter wie mein Mikrofon. 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 Aber was ich auf Farben gesehen habe, dass ich mir noch ein Güllefass und das kaufe. Ich möchte ihn einfach anfangen. Ja. Was ist so klein? Frage. Ich mache es mal. Ich mache es mal rein. Ich mache es mal. Wir haben unten. Ich mache es malön. Ich mache es mal damit. Ich mache es mal so. Das ist auch mal was ich mal. Nein, du kommst nicht los. Du kommst nicht los. Jaaa. So? Dann gehen wir. Ciao. Sie dauert eh nicht mehr lange. Zehn Minuten noch. Oh. Ja, zehn Minuten. Genau zehn Minuten. Genau, nein. Ein paar Sekunden setzen. Schlesen wir schon da. Was ist das? Hm? Wollen wir mit? Wollen wir mit? Wollen wir mit? Mit dem Gewicht? Wollen wir mit dem Gewicht? Wollen wir mit dem Gewicht? Das ist das Einzige, was ich verstanden habe. Ich hoffe, es passt das auch gerade mit dem Ding. Ich bin auch dran. Realistisch. Aber ich kann es mir nicht verstanden. Es ist realistisch. Ich habe noch nie so richtig realistisch gespielt. Oh. Oh, was ist das? Oh. Oh. Oh, was ist das? Oh. Mein Name ist L.S. Tobishof-Milion-Lan Tobishof, ein paar Jahre Tobiswahn Wo 11 Stunden dauerte, wenn mein Piziermarsch war Aber wenn ihr wollt könnt ihr eine Fortsetzung machen Eine Millionen Wow Eine Millionen da oben Da oben Da oben Wow Du gehst weiter zurück Sonst bist du nur in der Camp Nicht so weit So Leute, ich bin da bei mir Alter Okay Ich wusste, dass ihr alles geschaut Ich wusste, dass ihr alles geschaut Alles Tolle Berge 3,3,5 Wow Alter Sorry Leute Jetzt noch ein Kippa 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 Äh Das Wow Das hab ich hier für einen Scheiß Lack rumgenommen Nein Das Das Ich hab hier nur gelb genommen Ich hab hier nur gelb genommen Warum weiß Warum weiß Man sieht's nicht mal Ich hab doch mal mein Kipp Oh Und euch neue Kippe gekauft Was hab ich mit dir mal? Eure Kippe gekauft Aha Hälfte Der hat der Zug alles komplett zu stürzen Das passt jetzt gar nicht Die Farbe Das passt jetzt überhaupt Fass ich überhaupt nicht Ich... 3,5 Euro so, 2,5 Euro mit 1 Millis habe ich 37 Euro na leider, ich bin pleite Leute spende, nein Spaß jeder schiebt 1 Euro dann hat es keine Dose Ich hab gerade schon woanders umgeschlafen, ich muss ehrlich sagen, das ist peinlich, was wir hier gerade angucken. Oh mein Gott, meine Haare sind abgetragen, meine Haare sind abgetragen. Okay, meine Haare sind abgetragen. Ist das gut? Ja! Das ist ein schönes Bild. Was? Ich habe immer zum Hupen. Ich habe immer zum Hupen. Ja. Das war schon ein Köln. Welb, schwarz, rot, weiß. Wie weiß ich, was soll ich nennen? Pink. Was ist da Pink? Blau. Nein, das war ein Köln. Ich kann es auch nicht machen. Ich kann es auch nicht machen. Ach, die sind doch nicht. Ich kann es auch nicht machen, die sind die Zipi. So. Ну, was ist das? Na ja, ich kann es nicht machen. Ah, direkt so überlaufen! Wie hört er mich? Wie hört er mich? Wie hört er mich? Und dann brauchen wir ein Gullibus. Gullibus? Gehen wir mal das Gullibus. Volle Gerät. Also sollte jemand auf den Kopf machen. Jetzt hier mal noch. Äh, was? Dann mal ein Mist-Sauer. Gehen wir den da. Passiert auch noch was Spannendes. Ja, zieh dir an. Mal hoch! Der Sibi! Spannendes. Hier Leute. Das war's eigentlich schon. Ja, das war's eigentlich schon. Schon! Nein! Da bist du ja! Hallo! Mal mal die Haare. Ich hoffe euch hat das Video gefallen. Das ist kein Like und aber da. Tschau! Schau Baris vorbei. Link unten in die Videobeschreibung. Und ja, haut rein. Bis nächstes Mal. Tschau! Tschau! Tschau!